So, da sind wir wieder. Alles nicht so einfach. Oh, ja. Hoi. Hoi. Springen sie runter. So. 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 Lieber noch mal gucken würde ich sagen. Ok Kommt meine Blümchen zeigt euch. Jetzt weiß ich warum der alte Mann die Blumen nicht selber gesucht hat. Das ist ja richtig schwer welche zu finden. Ja Klasse diese Blumen. Und erforschtes Gebiet. Da hinten sind noch rote Blumen. Ja Jetzt brauche ich bloß noch vier Stück von diesen Poeni. Das sind so ähnlich wie diese hier. Nur mit größeren Blumenblüten dran. Aber die hier habe ich jetzt zum Beispiel über. Die können sie ja haben. Und die die hier sind. Die können sie ja auch einsammeln. Wo könnten sich noch welche verstecken. Ich glaube die Quest muss man dann auch noch ein bisschen umschreiben. Ah ja. Denn das wird dann zu schwierig für die anderen. Eins. Zwei. Drei. Komm eine noch. Du willst mich jetzt verarschen spielen oder. Eine verdammte Blume. Da drüben sind noch große rote. Warte. Keine Poemi Blume mehr. Oh Mann. Ah es laggt weil hier noch niemand war. Ah es laggt weil hier noch niemand war. Ich glaube ich kann nicht mehr aus. Ja. Ah. 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 Okay. Was ist das? Haben sie das gerade gesehen? Nein. Die kommen von da oben runter diese blauen Dinger. Die sind von da oben runter gefallen. Die Frage ist, wie kommen wir da hoch? Das ist eine gute Frage, da müsste sich auf jeden Fall jemand was einfallen lassen. Da müssten wir uns mit den anderen mal alle zusammensetzen. Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Das ist ja cool. Bleib hier. Der ist doof. Das ist eine gute Frage. 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 Ich würde sagen, wir rennen am besten erst mal. Das wird mir hier ein bisschen zu viel. Das ist ein bisschen zu viel. Ich geh ins Licht. Ich geh ins Licht. Wissen Sie eigentlich, wie man wieder nach Hause kommt? Naja, also ich glaube, wir müssen über den Berg hier rüber. Okay. Ich folge Ihnen. Oder? Wie war das? Ach, das wird schon irgendwie richtig sein. Ui! Gute Frage. Wir können ja trotzdem mal nach oben klettern und gucken, ob wir irgendwas sehen. Okay. 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 Um ehrlich zu sein, ich weiß wirklich nicht, wie wir zurückkommen. Aber gut, das erfahren wir in der nächsten Folge. Okay. 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 Untertitelung. BR 2018